Einen wunderschönen guten Tag mit mir und jetzt willkommen zu einer neuen Folge von Blacktail A Witch Fate. Wir sind wieder mal in der Nähe von einem Nolllager. Die sind wieder alle ein bisschen verwirrt da. Das Gefühl. Die rennt aber, guck mal, die rennt zu mir. Obwohl ich hier schön hinter, oh. Dem Felsen geschützt bin, würde ich sagen. Sag mal. So, einmal noch. Danke. Gehen wir mal da hoch. Sammeln die Belohnung ein. Hier war ich doch schon mal. Oder nicht? Muss ja. Na, komm. Hoppala. Boah, ich hab keine Federn mehr. Scheiße. Wir sind jetzt da los. Was wollt ihr? Weg da. Okay. Sind da noch mehr? Ja, da ist ja die komische Hütte noch unten. Ja, ja, ja. Hier drin ist, glaub ich, auch einer. Oder auch nicht. Pfeile brauch ich grad keine. Da unten haben wir noch einen. Ja, okay. Hat das Damage gemacht oder nicht? Glaub nicht, ne? Naja. Da unten ist, glaub ich, noch wer. Ja, ja, guck mal. Hallo. Weg da. Easy. Drei Pfeile. Herstellen. Oh, Federn. Guck mal. Sehr gut. 19 Federn. Mal hier. Noch mehr Federn. Gehen wir mal hier rein. Dann müssten da wieder zwei auftauchen. Ne. Ja, guck mal. Hab ich schon geblindert. Ha. Ja, also. Ich weiß halt auch nicht. Wie ich da hochkommen soll, das ist mir noch. Stand jetzt ist mir das noch ein Rätsel. Kann ich das hier kaputt machen? Kann ich tatsächlich. Ein Zahn gibt's als Belohnung. Wie. Wie gütig. Vom Spiel. Mal nehmen das Holz hier noch mit. Also. Es muss ja irgendwie. Einen Weg nach oben geben, oder nicht? Oh, guck mal. Noch eine Truhe. Cool. Was haben wir hier? Noch einen Zahn. Machen wir hier die Blume hin. Jetzt sind wir wieder dort, wo wir vor zwei Tagen begonnen haben. Okay. Ja. Guck mal, da seh ich sogar was zum Klettern, aber. Hä? Wo ist denn der Kater? Der ist doch normalerweise gar nicht hier, oder? Ähm. Hä? Warum hab ich den denn gehört grad? Ich blick nicht mehr durch. Wirklich nicht mehr. Ich hab das Gefühl, da muss irgendwo so... so ein Stein sein, wo ich den... Pfeil durchschießen kann. Ja, ist zu weit weg. Ähm. Sag mal. Danke. So, lass doch mal gucken hier. Wo könnte denn hier die Lösung sein? Hä? Ähm. Übersehe ich was offensichtliches, oder? Guck mal, da oben ist doch der... Hä? Warum ist denn da oben der Kater? Lass mal da hochgehen, schnell. Machst du denn hier? Ja, lass mich mal schnell zurück zur Hütte gehen. Ähm. Vielleicht hab ich doch das ein oder andere Upgrade. was ich mir holen kann. Also, ich kann sicher die Seiten abgeben. Giftschleier. Okay. Und hier? Jägertrank. Ein herstellbarer Trank, der vorübergehend deine Schritte dämpft. Dein Tempo erhöht. Dich immun gegen Verwirrung macht. Und Erschöpfung beim Spannen von Pfeilen verhindert. Ein Spezialleckerbissen mit einem großen, bogenförmigen Wirkungsbereich. Ein Spezialleckerbissen, mit dem bei einem Treffer eine Giftwolke erschaffen wird. Ähm. Okay. Was auch immer das bedeuten soll. Sonst, ich kann einen Jägertrank herstellen, aber die Frage ist halt, was bringt mir das? Lade den Kraftschuss auf, indem du linke Maustaste gedrückt hältst. Und drücke anschließend F, um einen Spezialleckerbissen abzufeuern. Wechsle den aktiven Spezialleckerbissen am Kessel. Dann mache ich hier mal das Mana erhöhen. So. Du kannst sechs zusätzliche klebrige... Ah, der Rabenfluch. Mehr klebrige Pfeile. Gegner lassen mit größerer Wahrscheinlichkeit Honig fallen. Ja, das brauche ich nicht. Wir bleiben beim Hasenfluch. Und dann mache ich noch das da, Hexenlehrling. Halte F gedrückt, um den Sonnenlicht-Hokus zu wirken. Er verursacht durchgehend Schaden und verlangsamt Ziele in einem schmalen, bogenförmigen Wirkungsbereich vor dir. Ein Hokus verbraucht stets Mana. Okay. Dann mache ich noch einen Jägertrank. Man weiß ja nie, wann man es brauchen kann, oder? So. Ah. Okay. Warte mal, aber dann... Ah, ich habe ja noch den da aktiv. Den... Zerfetzenden, was auch immer. Okay. Also eine Giftwolke ist sicher nicht schlecht. Großer... Nee, ich nehme das Gift. Es scheint mir ein bisschen sympathischer zu sein. Ja, ja. Dann reisen wir mal zurück. Und dann schauen wir mal. Okay. Fleisch habe ich keins, ne? Kann ich hier nix machen. Nee. Das hast du für mich. Vier von den Kristallen. Okay. Lass den schnell mitnehmen. Okay. Mach mal hier die Blume hin. Also, ich würde jetzt eigentlich wirklich gerne den Weg zu dieser verschissenen Brücke finden. Aber... Ich glaube, ich muss jetzt während dem Video ein Walkthrough gucken. Geht, glaube ich, nicht anders. Es geht tatsächlich nicht anders. Ich habe zum Glück immer ein Walkthrough offen. Muss man schnell dorthin scrollen, wo der Kollege hingeht. Also der ist auch eigentlich da runter, wo wir gestern waren. Also der ist wirklich... Oh, guck mal. Schon wieder aufgeladen. Der ist wirklich hier nach unten. Das bin ich ja auch. Oh, guck mal. Da oben ist auch eine Truhe. Oh. Also, es muss ja irgendwo da hinten sein. Ich muss mir nicht anders erklären. Aber... Was ist denn jetzt los? Aha, die sind aber explodiert. Kein Problem. Die Gnolle sind nicht zurück. Aber wo ich hin muss... Oh, hallo. Was ist jetzt los? Was ist das? Keine Ahnung. Oh. Also... Es ist halt immer noch nicht die Lösung, die mir weiterhilft, na? Guck mal, der Igel will was zu essen. Will den Apfel. Ja, kann er haben. Bitteschön. Okay. Mal her mit den Federn. Da kann ich noch einige brauchen. Ist denn... Hier irgendwas? Oh, fuck. Okay. Hä? Boah, jetzt ist er vergiftet, der Kollege. Ja, ist schon cool. Cooles Feature. Aber... Ich muss noch mal gucken, wo der andere hingelaufen ist. Ich hab das irgendwie verpasst. Wo ist er hingelaufen? Zeit mal her. Ich will das jetzt gucken. Where the fuck is er hin? Okay. Ja, da war ich auch schon. Und dann... Ist er über diese Brücke da, die wir selber machen konnten, oder? Nee. Was ist das denn für eine Brücke, wo der drüber ist? Jetzt bin ich vergiftet. Warum das denn? Der ist hier drüber. Muss ich da hoch? Ich glaube, ich muss da hoch. Kann das sein? Oh, fuck. Ist das das Rätsel? Muss ich mal OBS auch machen? Entschuldigung. Ich muss mal gucken, wie lange ich immer erst dran bin. Na, komm. Ich glaub, hier oben war ich noch gar nicht. Und da ist dann... Das ist dann halt auch der fucking Quest-Ord, ne? Ja. Ist, äh... Okay. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Es ist gar nichts, oder? Ich steh genau auf dem X. Ich dachte immer, das ist der Ort auf der Brücke, wo ich dann hin muss. Nicht der Ort, wie ich auf die Brücke hochkomme. Ja. Gut. Dann gehen wir morgen auf die Brücke. Dann, äh... Sag ich danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.